Frank hat sich nun schon über einige Arten von Zertifikaten und deren Funktionsweisen informiert. Nun möchte er weitere Alternativen kennenlernen. Auch Express-Zertifikate zählen zu den strukturierten Anlageprodukten. Bei diesen Zertifikaten kann es unter bestimmten Bedingungen zur vorzeitigen Rückzahlung kommen. Dann erhält der Anleger einen bei Laufzeitbeginn festgelegten Geldbetrag. Express-Zertifikate stellen eine Investitionsmöglichkeit für Anleger dar, die seitwärts tendierende oder leicht steigende Kurse erwarten. Klassische Express-Zertifikate zeichnen sich dabei durch folgende Besonderheiten aus. Zu bestimmten Bewertungstagen wird der Kurs des Basiswerts beobachtet und mit dem Auszahlungslevel verglichen. Der Auszahlungslevel entspricht häufig dem anfänglichen Kurs des Basiswerts. Er kann aber auch darunter liegen, zum Beispiel bei 90 Prozent. Liegt der Kurs des Basiswerts zu einem dieser Beobachtungstermine auf oder über dem Auszahlungslevel, kommt es zur vorzeitigen Rückzahlung des Nennbetrags plus der Zahlung eines Zusatzbetrags. Gewöhnlich erhöht sich der Zusatzbetrag an jedem Bewertungstag. Die Laufzeit eines Express-Zertifikats ist somit abhängig von der Entwicklung des Basiswerts. Eine Barriere bietet dem Anleger zum letzten Bewertungstermin einen Teilschutz vor Kursverlusten. Ein Beispiel. Frank investiert in ein klassisches Express-Zertifikat auf die Aktie der Beispiel AG mit einem Nominalwert von 100 Euro und einem Coupon von 6 Prozent. Der Anfangskurs der Aktie beträgt 100 Euro. Der Auszahlungslevel liegt bei 100 Prozent des Anfangskurses des Basiswerts bzw. bei 100 Euro und die Barriere bei 60 Prozent bzw. bei 60 Euro. Die Bewertungstage finden jährlich statt. Zum ersten Bewertungstag liegt der Kurs des Basiswerts bei 98 Euro. Frank erhält somit keine vorzeitige Rückzahlung von 100 Euro und keinen Zusatzbetrag von 6 Euro. Jedoch hat er weiterhin die Chance auf Zahlungen zu jedem weiteren Bewertungstermin. Notiert der Kurs des Basiswerts zum zweiten Stichtag bei 105 Euro, endet die Laufzeit des Express-Zertifikats vorzeitig und Frank erhält eine Zahlung von 112 Euro. Nominalwert plus zweimal Coupon. Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung und auch am letzten Bewertungstag liegt der Kurs des Basiswerts unterhalb des Auszahlungslevels, ist zu prüfen, ob die Barriere verletzt wurde. Frank erhält dann den Nennbetrag zurück, wenn die Beispielaktie bei mindestens 60 Euro notiert. In diesem Fall bleibt er, abgesehen von eventuellen Transaktionskosten, vor Verlusten verschont. Falls der Kurs des Basiswerts jedoch unterhalb von 60 Euro liegt, partizipiert Frank an der Wertentwicklung des Basiswerts. Angenommen, die Beispielaktie notiert bei 50% des Anfangskurses, also bei 50 Euro, erhält Frank nur 50% des Nominalbetrags zurück, also 50 Euro. Auch ein Totalverlust ist möglich, wenn die Beispielaktie auf Null fallen würde. Auch bei Express-Zertifikaten erhalten Anleger keinerlei Dividendenzahlungen. Frank ruft an der Hotline der BNP Paribas an und erhält dort die Produktinformation. Gleichzeitig kann er sich das Handbuch für Anleger über die Hotline oder über www.bnp.de kostenfrei bestellen. Das Buch widmet sich in einem eigenen Kapitel dem Thema Express-Zertifikate.